Hallo und herzlich willkommen. In dieser zweiteiligen Lehrfilmreihe zeigen wir euch Besonderheiten, die ihr bei der Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen beachten müsst. Im ersten Teil der Lehrfilmreihe stellen wir euch grundlegende Gestaltungsrichtlinien im Umgang mit Faserverbundwerkstoffen vor. Im zweiten Video gehen wir dann auf das spezielle Gestalten von Negativformen für das Handlaminierverfahren und das Ausnutzen der speziellen Werkstoffeigenschaften von Faserverbundwerkstoffen ein. Aber was sind Verbundwerkstoffe überhaupt? Dies möchten wir zu Beginn kurz klären. Im Gegensatz zu Werkstoffverbunden, wie zum Beispiel einem Ski, der aus mehreren unterschiedlichen Lagen aufgebaut ist und bei denen die spezifischen Werkstoffeigenschaften einzeln zum Verbund beitragen, verbinden Verbundwerkstoffe unterschiedliche Werkstoffe zu einem neuen Werkstoff mit neun Eigenschaften. Diese unterschiedlichen Werkstoffe werden gezielt ausgesucht und somit die besonderen Eigenschaften der einzelnen Materialien geschickt kombiniert. Dadurch entstehen zum Beispiel höhere Festigkeiten bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung oder guter Duktilität. Grundsätzlich gibt es vier Arten von Verbundwerkstoffen. Den Schichtverbund, den Teilchenverbund, den Durchdringungsverbund und den Faserverbund. Im Hinblick auf ihre Anwendung bilden die faserverstärkten Werkstoffe die größte Gruppe der Verbundwerkstoffe. Faserverstärkte Werkstoffe bestehen aus einer Matrix, also dem Grundwerkstoff, und den Fasern. Die Fasern haben aufgrund ihrer laminaren und parallel gerichteten Anordnung die Aufgabe, die am Bauteil anliegenden Lasten zu übernehmen und damit eine verstärkende Wirkung zu erzielen. Als Fasermaterial werden häufig Glasfasern oder Kohlenstofffasern eingesetzt. In der Industrie finden vermehrt Faser-Kunststoffverbundene Anwendung. Hier besteht die Matrix aus Kunststoffen. In der Regel sind dies Thermoplaste, aber auch Duroplaste. Die Matrix gewährleistet die Kraftumleitung auf die Fasern, fixiert die Fasern im Bauteilraum und schützt den inneren Aufbau vor Umgebungseinflüssen. Nun haben wir geklärt, wie ein Faserverbundwerkstoff allgemein aufgebaut ist. Bei der Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen müssen Besonderheiten beachtet werden. Auf diese grundlegenden Gestaltungsrichtlinien gehen wir nun ein. Kraftart und Kraftorientierung. Anders als herkömmliche Werkstoffe weisen faserverstärkte Werkstoffe aufgrund der Anisotropie ihrer Fasern, also der Richtungsabhängigkeit der Fasereigenschaften je nach Belastungsrichtung unterschiedliche E-Modulen auf. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass faserverstärkte Werkstoffe immer in Längsrichtung der Fasern belastet werden. Bei Kräften, die quer zur Längsrichtung auftreten, weist der Werkstoff eine geringere Festigkeit und geringere Steifigkeit, das heißt einen geringeren E-Modul auf. Außerdem sollte man darauf achten, Bauteile nur mit Zug- oder Druckkräften zu beanspruchen. Schubspannungen führen zu einer geringeren maximal ertragbaren Spannung. Bei dieser Belastungsart wird die Matrix im Vergleich zu den Fasern am höchsten beansprucht. Durch die Schubspannungen haben die einzelnen Schichten des Verbundes das Verlangen, sich gegeneinander zu verschieben. Es entstehen Interlaminarspannungen, also Spannungen zwischen den einzelnen Schichten. So kommt es bei zu hoher Beanspruchung zum einen zu Adhesivbrüchen in der Matrixfasergrenzfläche, das heißt zur Ablösung der Faserschichten von der Matrix. Zum anderen kommt es zu Kohäsivbrüchen in der Matrix, also Brüche, die mitten durch die Matrix hindurchgehen. Außerdem ist es wichtig, großflächige Krafteinleitungen zu realisieren. Punkt- oder Einzellasten sollte man also vermeiden und sie konstruktiv in Linienlasten, oder besser Flächenlasten umwandeln. Durch Einzellasten kommt es zu einer punktuellen Erhöhung der Spannung im Bereich der Krafteinleitung. Bei Linien- oder Flächenlasten teilt sich die Spannung gleichmäßig über den Querschnitt des Bauteils auf. Wenn die Einzellasten nicht zu vermeiden sind, müssen die belasteten Querschnitte von der Struktur oder von Lagerungen unterstützt werden. Außerdem sollten die Kräfte direkt in die Hauptstruktur eingeleitet werden und nicht über Umwege, um unnötige Momente oder Schubbelastungen zu vermeiden. Nicht nur die Kraftart und Kraftorientierung spielen eine wichtige Rolle bei der Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen, auch die Wahl der richtigen Profilform ist essentiell. Schauen wir uns zunächst einmal die elementare Formel zur Berechnung des Flächenträgheitsmoments i einer rechteckigen Querschnittsfläche an. Es ist zu erkennen, dass die Höhe h im Vergleich zur Breite b mit der dritten Potenz in die Formel eingeht. Aus diesem Grund sollten die Kräfte immer parallel zur langen Seite, also senkrecht auf der schmaleren Seite von Profilen wirken. Somit ist der Widerstand gegen Biegung am größten. Im Bereich der neutralen Phase, also in Regionen mit geringerer Spannung, kann zudem Werkstoff eingespart werden. Beispiele hierfür sind I-Profile, offene C-Profile, aber auch geschlossene, dünnwandige, rechteckige oder quadratische Hohlprofile. Der Vorteil von geschlossenen Profilen gegenüber offenen Profilen ist die hohe Torsionsfestigkeit. Die Torsionsfestigkeit beschreibt die Belastung unter Verdrehung, bis ein Bauteil versagt. Geschlossene Profile sind ca. 30-fach stärker belastbar als ein offenes Profil. Ein Bauteil, auf das hohe Kräfte wirken, kann gezielt durch eine verrippte Unterstruktur versteift werden. Die Versteifungen sollten gezielt in Hauptbelastungsrichtung und parallel zur Faserrichtung eingebracht werden. Es empfiehlt sich außerdem, die Krümmung eines dünnwandigen Bauteils als natürliche Stützwirkung zu nutzen. Durch eine Vorkrümmung steigt das Flächenträgheitsmoment, wodurch sich die Biegefestigkeit und die Knickfestigkeit erhöhen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Bei zu kleinen Krümmungsradien kommt es zu einer Aufziehspannung zwischen den Laminatschichten. Diese Aufziehspannungen sind die radialen Komponenten der Biegespannung, die aufgrund der Krümmung nicht mehr in einer Linie wirken. Diese führen im Anschluss zu einer Delamination, also dem Ablösen der einzelnen Schichten. Zur Verstärkung von Randbereichen oder Ecken ist eine Einlaminierung von Holz, Hartschaum oder Metall möglich. Dadurch wird die Steifigkeit stark erhöht. Ein letzter wichtiger Punkt ist die Symmetrie der Bauteile. Eine Symmetrie führt zum inneren Kräfteausgleich und erhöht die Stützwirkung der Konstruktion. Unsymmetrische Konstruktionen können durch Temperaturen oder Lasten zu unübersichtlicher Verformung neigen. Je einfacher und symmetrischer das Bauteil konstruiert wird, desto leichter erklärbare Spannungszustände herrschen in dem Bauteil. Nicht nur am Bauteil, sondern auch am Laminat ist es sinnvoll, Symmetrien vorzusehen. Ein Körper wird nur in den seltensten Fällen einachsig beansprucht. Zumeist wirkt ein mehrachsiger Spannungszustand auf den Faserverbund. Aus diesem Grund werden Faserverbundwerkstoffe mit verschiedenen Faserrichtungen übereinander geschichtet. Diese Schichten sollten ebenfalls symmetrisch angeordnet sein. Fassen wir nun noch einmal die wichtigsten Punkte beim Konstruieren mit Faserverbundwerkstoffen zusammen. Belaste ein Faserverbundwerkstoff immer in Richtung der angreifenden Last. Bei Kräften, die quer zur Längsrichtung auftreten, weist der Werkstoff eine geringere Festigkeit und eine geringere Steifigkeit und damit einen geringeren E-Modul auf. Achte darauf, Krafteinleitungen großflächig zu gestalten, also Punktlasten zu vermeiden und den Werkstoff, wenn möglich, nur auf Zug oder Druck zu beanspruchen. Ist eine Biegelbelastung zu erwarten, so wähle ein Profil mit geringerer Breite, aber dafür größerer Höhe. Beispiele hierfür sind offene I-Profile oder C-Profile, aber auch geschlossene, dünnwandige, rechteckige oder quadratische Hohlprofile. Denke aber daran, geschlossene Profile sind ca. 30-fach stärker belastbar als offene Profile. Versteife Bauteile gezielt durch verrippte Unterstrukturen und verwende Vorkrümmungen dünnwandiger Bauteile als natürliche Stützwirkung. Aber Achtung! Zu kleine Krümmungsradien führen zu einer Delamination der Schichten. Strebe an, symmetrische Bauteile zu konstruieren. Das führt zum inneren Kräfteausgleich und erhöht die Stützwirkung der Konstruktion.